Eine Outdoorjacke der ganz besonderen Art präsentiere ich Ihnen mit unserer ONI 2TUF Darmjacke. Dank ihrer herausnehmbaren Vliesjacke ist die 2TUF Jacke Ihr perfekter Begleiter fürs ganze Jahr. Die 2TUF Outdoorjacke bietet speziell für Hundehalter einige tolle Ausstattungsdetails. Persönliche Gegenstände und Trainingsutensilien lassen sich bequem und in ausreichender Zahl in den vielen praktischen und großen Taschen verstauen. Der besondere Clou eine herausnehmbare Leckerchentasche, sodass Sie immer die Hundeleckerchen dabei haben, ohne die Haupttasche der Jacke zu verschmutzen. Diese Outdoorjacke, für alle Gelegenheiten, ist hinten extra lang geschnitten und bietet somit einen perfekten Schutz der empfindlichen Nieren- und Rückenpartie. Im Rückenbereich ist die 2TUF Outdoorjacke mit einer praktischen, verschließbaren Tunneltasche bzw. Dummy-Tasche ausgerüstet, sodass Sie hier bequem Ihre Trainingsutensilien, z.B. ein Dummy, verstauen können. Hervorzuheben ist darüber hinaus die praktische abnehmbare Kapuze mit Reflektorstreifen. Natürlich ist die 2TUF Down Outdoorjacke aufgrund der vollverschweißten Nähte und der hohen Wassersäule des Materials absolut wasser- und winddicht, bei gleichzeitiger hoher Atmungsaktivität. Das Material ist natürlich kratzfest, was Sie als Hundehalter zu schätzen wissen werden. Mit der 2TUF Outdoorjacke für Damen erwerben Sie eine wirklich tolle, zudem schick aussehende und vor allem äußerst praktische Jacke fürs ganze Jahr. Oni Outdoor bietet zuverlässige und außergewöhnliche Produkte für die gemeinsamen Outdoor-Aktivitäten mit Ihrem Hund.